Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit der Auszählung Briefe öffnen, Stimmzettel sortieren, Zettel auffalten, Stimmen zählen Rund 40% der Miltenberger Wähler haben per Briefwahl abgestimmt Je später die Stunde, desto deutlicher wird es Kein Kandidat kann mehr als 50% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen Ein fast leerer Engelplatz vor dem Rathaus Wegen der aktuellen Coronavirus-Pandemie finden sich nur wenige Bürger ein Unter ihnen auch einige der Miltenberger Bürgermeisterkandidaten Ja, unheimlich aufgeregt Ich denke mir, ich habe alles gegeben mit meinem Team einfach Und die Wähler haben jetzt entschieden Und das Ergebnis erfahren wir jetzt in wenigen Minuten Und da ist natürlich eine ganz große Aufregung da Ich bin da sehr nüchtern Also ich war eigentlich, glaube ich, eher in den letzten Tagen so ein bisschen aufgewühlt Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich etwas dünnhäutiger werde Je weiter es auf die Wahl geht Ich hatte schon gehofft, dass ich es in die Stichwahl schaffen könnte Aber wir haben ja jetzt eine sehr deutliche Tendenz, dass es, denke ich, eher anders ausgeht Das ist schade, aber ich hoffe jetzt einfach drauf, dass ich dann im Stadtrat und im Kreistag Die politische Arbeit machen kann, die ich mir vorstelle Dann halt unter einem anderen Bürgermeister Aber umso wichtiger wird es ja, dass der Stadtrat dann auch seine Kontrollfunktion Gegenüber der Verwaltung aktiv ausübt Und ich denke, nach vorne gucken und die Situation einfach so anerkennen, wie sie ist Wie ich so schön im Wahlkampf schon sagte, ich habe da noch, außer Plan A, habe ich noch Plan B bis F Genau, und dann schauen wir einfach mal Nächste Woche ist auch Krisensitzung in Baden-Württemberg Also ich arbeite ja in Baden-Württemberg Und da müssen wir erst mal gucken, wie wir Corona überstehen Und genau, da ist im Rathaus auch viel zu tun Ich glaube nicht, dass wir heute Abend einen Bürgermeister kriegen Ich gehe davon aus, dass wir in eine Stichwahl müssen Weil 20 Prozent würden jedem fehlen Und das kommt, glaube ich, auch nicht mehr zustande bei der Briefwahl Aber jetzt gucken wir mal, so eine Stunde, denke ich Und dann haben wir sicherlich ein sinnvolles Ergebnis Rathauschef Helmut Demel erinnert sich noch gut, wie es bei ihm am Wahlabend 2014 war Bei der ersten Wahl oder bei der Hauptwahl kam ich zur Verkündung ein bisschen zu spät Da war dann schon alles durch Und dann war klar, dass der Kollege Blankert aus dem Kreistag und ich, dass wir in die Stichwahl müssen Und ja, dann war natürlich die Hektik riesengroß Am Tag der Stichwahl waren wir schon nervös Und da waren draußen auf dem Engelplatz eine große Menge Menschen Da war auch der Landrat in der Stichwahl Und der hatte dann mit 40 Stimmen Vorsprung gewonnen Und bei mir waren es dann doch ein paar Prozent mehr Das war dann schon ganz in Ordnung Aber wir haben einen Riesenspaß gehabt Und haben die ganze Nacht durch dann gefeiert Haben uns riesig gefreut Weil bei allen ist dann wirklich so ein bisschen Stress abgefallen Und es war schön Und für mich waren es sechs schöne Jahre, die danach gekommen sind Ich freue mich, wenn das eine gute Wahl wird Natürlich habe ich von mir heraus natürlich schon das Gefühl Oder die Idee wenig gerne als meine Nachfolger sehen würde Aber ich habe mich überhaupt nicht in diese Wahl eingemischt Und denke auch, dass es nicht ein richtiges Zeichen ist Wenn der amtierende Bürgermeister da aktiv Wahlkampf mitmacht Das war bei meiner Wahl nicht so schön Und dann, wenn der Bürgermeistervorgänger beim Nachfolger noch im Stadtrat sitzt Das ist nicht so ganz angenehm Und von daher dachte ich, das mache ich nicht Da halte ich mich raus Ich wünsche mir, wie ich vorhin schon gesagt habe Dass es ein paar gute Wochen gibt mit dem Neuen und mit mir Damit die Übergabe eine gute ist Damit es keine Ruhe gibt in der Verwaltung Dass der weiß, wo, wie, wer, was ist Und wir haben auch schon vereinbart Dass wir mit den anderen Bürgermeistern zusammen Aus der Allianz Wir sind ja in der Odenwald-Allianz zusammen Dass wir da uns mal zwei Tage Auszeit nehmen Und mit den Neuen uns zusammensetzen Das ist, glaube ich, eine gute Idee Der Neue wird am 29. März ermittelt Es kommt zur Stichwahl zwischen Bernd Karlert von der CSU Und dem parteilosen Cornelius Faust Kandidat der liberalen Miltenberger Die Stichwahl findet coronabedingt Voraussichtlich ausschließlich per Briefwahl statt Vom Rathaus rüber ins Landratsamt Die Bürgermeisterstimmen sind ausgezählt Jetzt geht es um die Stimmen für die Landratskandidaten Jens Marco Scherf und Dr. Armin Bonhoff Fiebern dem Ergebnis im kleinen Kreis entgegen Wegen Corona kommen auch im Amt Nur die Parteivorsitzenden, Spitzenkandidaten, Wahlhelfer und Pressevertreter zusammen Mit jeder weiteren ausgezählten Kommune Zeichnet sich langsam ein klarer Sieg ab Für den amtierenden Landrat Scherf Herausforderer Armin Bonhoff nimmt es sportlich Ja, ich habe gedacht 40 plus wäre möglich Hat leider nicht geklappt Also eigentlich wollte ich gewinnen Aber ab 40 plus habe ich gedacht Das kriegen wir auf jeden Fall Liegen drunter Ich denke die Themen waren richtig Wenn ich sehe Gesundheitsbereich Wenn ich sehe Arbeitsplätze sichern Das werden Sachen sein Die jetzt in den nächsten zwei Jahren Den Landkreis bewegen werden Wenn man sieht, was bei Corona Die wirtschaftlichen Folgen Nicht nur die gesundheitlichen sind Und ich bin gespannt Wie sich der Landkreis jetzt entwickelt Ich hätte es gerne unterstützt Mit meiner beruflichen Erfahrung Aber jetzt bin ich Denke ich wahrscheinlich im Kreistag Und deswegen werde ich denken Kann ich da auch unterstützen Wenn noch nicht in dem Maß wie ich es vorhatte Als Hochschullehrer kommen auf Dr. Armin Bonhoff noch ganz andere Herausforderungen zu Ja, spannende Zeiten Wir haben jetzt präsenzfreies Studium Was wir vorbereiten müssen Das heißt, ein Semester Wo die Studenten wahrscheinlich nicht an die Hochschule kommen Dann in Hessen Beziehungsweise in Darmstadt-Dieburg Ich habe jetzt die ersten Mails dafür bekommen Das heißt, auch da Herausforderungen Den werde ich mich jetzt stellen Das wird bestimmt spannend Und deswegen Langweilig wird es bestimmt nicht Nach 21 Uhr ist es dann amtlich Mehr als 18.000 Stimmen für den CSU-Kandidaten Mehr als 42.000 Stimmen für den grünen Kandidaten Jede Kreiskommune stimmt für Schärf Er bleibt Landrat des Kreises Miltenberg Erste Glückwünsche per Telefon Ich möchte mich dafür ganz, ganz herzlich bedanken Ich möchte gerne aufgreifen Die über 60% Wahlbeteiligung ist, glaube ich Ein ganz, ganz starkes Signal In den schwierigen Zeiten der Bevölkerung Ich möchte dafür danken Dass die Menschen wirklich gezeigt haben Die Kommunalpolitik ist ihnen wichtig Sie haben auch heute die Bürgermeister bestimmt Und auch Stadtrat und Kreister Wer noch ausgezählt wird Ich möchte mich aber bei der Gelegenheit Ganz, ganz besonders bedanken Bei denjenigen, die die Rahmenbedingungen Für die Wahl gesetzt haben Also das Team hier bei uns Im Landratsamt, in den Gemeinden Die vielen, vielen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen Alles ganz, ganz keine leichten Zeiten für uns Dann großes Dankeschön Dann natürlich ein großer Dank an die Bevölkerung Für dieses wirklich überwältigende Vertrauensvotum Dafür bin ich sehr, sehr dankbar Ich nehme das auch demütig als Auftrag Für die kommenden sechs Jahre an Ein Dankeschön ganz besonderes geht auch an den Mitbewerber An Dr. Armin Bonhoff Der einen sehr, sehr engagierten Wahlkampf geführt hat Der, glaube ich, ein ganz, ganz respektabler Bewerber Um das Amt des Landrats war Sowohl von seiner Kompetenz Als auch von seiner Persönlichkeit Und möchte mich dafür bedanken Dass der gesamte Wahlkampf über Zwischen uns beiden Stets sachlich und persönlich Im Umgang miteinander Absolut anständig Wertschätzend Auch der Dank an den Kreisvorsitzenden Der CSU, an Michael Schwing Dass wir gezeigt haben Wie man auch in der politischen Auseinandersetzung Wo man alles investiert Um die Wahl zu gewinnen Aber das alles mit viel, viel Anstand Ich glaube, damit leisten wir auch was Zur Akzeptanz von Demokratie und Politik von der Heim Vielen, vielen herzlichen Dank Lieber Marco, liebe Anne, meine sehr geehrten Damen und Herren Schwierige Zeiten, da war die Rede der Wunderbeut Ist ein sehr guter Tag Für dich, Marco, vom Ergebnis her Ist ein sehr guter Tag für den Landkreis Miltenberg Ist ein sehr guter Tag für die Demokratie Da haben wir mehr als 60% Wahlbeteiligung In diesem Zeitbereich Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Zeichnen Und ist ein sehr guter Tag Für die Grenzüberschreitenden Zahnarbeits Aufatmen beim Landrat An die Wählerinnen und Wähler Überhaupt an die Bevölkerung des Landkreises Miltenberg Ein ganz, ganz großes Dankeschön Also zum einen wirklich für dieses Ergebnis heute Abend Das ist ein Vertrauensbeweis Das ist eine Rückendeckung Das weiß ich wirklich absolut zu schätzen Und das spiegelt auch das wieder Wofür ich mich auch bedanken möchte Nämlich in den letzten Wochen und Monaten Habe ich so viele persönliche Rückmeldungen Briefe, E-Mails bekommen Ja, wenn ich irgendwo auf der Straße Menschen begegnet bin Da kam so viel Herzlichkeit, Wärme und Rückendeckung Dafür wirklich vielen, vielen Dank Das macht dann am Ende auch Politik Wirklich schön und lebenswert Wenn man merkt, dass es bei den Menschen ankommt Dass man es ehrlich meint Und sich mit Leidenschaft und Kompetenz da reinhängt Und was bewegen will Also von daher vielen Dank, es ist angekommen Und es ist Verpflichtung und Verantwortung für die nächsten sechs Jahre für mich Ich glaube, vor vielen Wochen hatte ich mir gedacht Mensch, das ist ein Abend, wo ich mich jetzt mal komplett alles sacken und fallen lasse Aber aufgrund auch der Corona-Krise, die wir gemeinsam bewältigen müssen Geht es morgen früh um 8 Uhr mit der kleinen Lagebesprechung hier im Landratsamt weiter Also heute kurze Freude Morgen früh um 8 Uhr wieder harte Arbeit Weil das muss uns klar sein Um diese Herausforderung Corona-Virus zu bewältigen Müssen wir jetzt alle zusammenhalten Und die nächsten Wochen sehr, sehr effektiv und konsequent besonnen Besonnen, aber konsequent handeln Das sind wir jetzt alle gefordert, damit wir diese Krise bewältigen Und damit in ein paar Wochen oder Monaten wieder das normale Leben schrittweise beginnen kann Also ich werde heute Abend auf alle Fälle noch nach Mönchberg zu meinem Stellvertreter Thomas Zöller fahren Der heute auch einen grandiosen Vertrauensbeweis als Bürgermeister für Mönchberg erhalten hat Und nachdem ich jetzt auch auf diesen offiziellen Gratulationskorps durch den Landkreis verzichte Eben wegen Corona, um auch zu zeigen Wir müssen da unsere sozialen Kontakte reduzieren Aber meinem Stellvertreter bin ich die letzten sechs Jahre so gut und so vertrauensvoll und perfekt zusammenarbeiten konnte Das muss sein, dass ich heute Thomas Zöller in die Arme nehme und wir uns einfach darüber freuen Startschuss für die nächsten sechs Jahre Amtszeit Alle Ergebnisse zu den Kommunalwahlen in den Kreisen Miltenberg, Aschaffenburg und Mainz-Spessart finden Sie auf meinenews.de